er hat sich vollgesprochen ach sooo ich dachte du bist was oh mein Gott Hallo und willkommen zu secret neighbor heute mit Tommi Geisty King of Ender Hanna und tonlos viel Spass K.A. Tonlos Hallo ich bin Ghost Oh shit K.A. Ähm Ich bin right and the right Hanna Ich bin right and the right Ich bin right and the right und ich bin right und ich bin right Und ich bin right Ich bin right Ich muss kurz hier meine Steuerung einstellen Lass, Ben! Ich wollte ihn schlafen legen! Ich wollte ihn schlafen legen! Ich hab noch was anderes angenommen! Warte, die Taschenlampe! Hier! Warte, hier! Dankeschön! Kann man das Geschenk aufbauen? Nein! Ich glaub leider nicht! Warte, ich helf dir! Was kann man damit machen? Kinder aufbauen! Wenn ich's nicht aufmachen kann, dann soll's keiner aufmachen! Das finde ich, das finde ich nein! Nein! Ei, wer war hier? Okay, tschüss! Daneben gerufen! Hat keiner gesehen! Wem machst du das? Halt! Ähm, bei mir ist Bild hoch! Bild hoch? Was? Junge! Oh fuck, mach dir mal! Da schreibt jemand Hilfe! Ach du Scheisse! Da schreibt jemand Hilfe! Okay, wir müssen retten! Hallo! Hallo! Das sind alle hier drin! Tschüss! Das ist eine Falle, Alter! 100%ig! Oh! Wir wollen hier rein! Achtung! Oh! Du Hund! Hallo! Hallo! Hast du geburcht? Wir wollen schon wieder hier rein! Ich hab ihr einfach wieder zugemacht! Ihr kommt hier niemals rein! Digger! Oh! 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 Was war das? Oh nein! War das Hanna? Hä? Ich glaub Hanna hat nichts gemacht! Was? Ich hab... Nein! Ich hab gar nichts gemacht! Ah Junge! Kommen wir! Das überprüfen wir jetzt! Ja ja! Okay, wenn wir dich jetzt kaputt machen! Was wirst du dann? Okay! W- Okay! Digarm! Okay! Warte nochmal nach... Okay, ja ne es ist safe! Okay! Das ist eigentlich so der Test! Leute! Tonlos ist der Nona! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Lass Geiss dir einfach sein Schicksal wieder! Warte! Ich hab... Ich hab... Ich hab noch einen Notfall auch noch einen! Okay! Wollen wir vielleicht... Ich muss kurz gucken! Hallo? Hey, hier ist gar keiner! Mach zu! Mach zu! Mach zu! Mach zu! Ey! Komm! Ich möcht euch doch retten! Ich bin ein Freund! Der Galaxis! Danke! Ah! Alter, ist toll! Ja 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 ja! Hallo! Nein! Jetzt machen wir's! Okay! Ente! Warum? Nein! Nein! Was nicht? Innen Leute! Hilfe! 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 Ah! Hi Hannah! Drei, zwei, eins, Hanno Leute! RENKING! Ich bin Nachbar. Was muss ich machen? Alle essen! Warten, bis wir dich... Warten bis alle Schlüsse an und rein gehen. Wer hat gerade die Tür aufgemacht? Die war gerade offen. Die war gerade offen. Ich bin gespannt. Oh nein! Wer war's? Ich glaube, King of Ender ist weggerannt. Wir sollten helfen, habe ich das Gefühl. Hallo, wir sind hier um zu helfen. Da sind sie, hi! Hi! King of Ender ist es wirklich, oder? Mit Voraussagen. Oh, Alter, Tonico! Was kann ich nicht mehr machen? Guck mal, ich habe einen Helm. Oh, hast du doch einen zweiten? Ja, genau. Böser. Du? Du Böser! Wie ist der King of Ender? Oh mein, was ist? Ich glaube, wir können sich eine Charaktere sehen, oder was? Also... Hä? Hä? Lol, der ist es doch nicht. Tonlos war's! Der hat sich vorgeworfen. Ich dachte, du bist... Was? Oh mein Gott! Es ist ja wirklich! Warum hast du es nicht gleich? Mit E! Mit E! Mit E! Entschuldigung! Hier ist los! Guck weg hier! Aber noch gut gehen die Tür geworfen! Hallo! Hallo Post! Oh mein Gott! Nein! Nein! Du... Was ist das? Scheisse! Nein! Mit E! Mit E! Hi! Hahaha! Ich bin's nicht! Soll ich ihm meine Taschen überfallen lassen. Oh nein, es tut mir leid, ich bin falsch. Digga, was macht? Oh mein Gott. Dort läuft er rum. Yo, was? Oh, geil. Oh, da kämpft er. Nein, da könnt ihr ja wirklich. Geh weg. Ich bin mit raus, Geh. Ja, wie hat er mir das so schnell gesagt? Ich habe mich zu Hause. Ich habe mich zu Hause. Ich bin mit raus. Ich habe zwei Schüsse gefunden. Ich habe daneben. Bist du beleid? Ich bin der einzige in Thor, wo man das lebt. Hier, tschüss. Oh, scheiße. Hanna ist tot. Nein. Nein. Oh nein. Lebe ich doch. Lebe ich doch. Oh, Hanna, bist du gestorben? Hi. Ja. Ja, mein Beinlein. Komm doch mit los. Ja, Tonloss ist rei... Ender ist zurück. Oh, fuck. Was war das für eine geile Runde? Wie habt ihr denn die Tür so schnell aufgemacht? Äh, Gox. Ich habe auch mal zwei Schlüssel gefunden, ne? Ich habe es auch gedacht, du wolltest alles. Ich bin der einzige in Thor, Junge. Ich habe vier. Ich habe den ersten. Vor allem, ich habe auch gehört, ich wollte auch raus. Eine Runde. Wie viel, wie, wie schnell. Wie geil war das? Ich habe gemäckert, als es vier Schlüssel waren. Dann habe ich drei gemacht und jetzt hat er einfach durchgespielt. Ja, ich weiß, wo die zwei Schlüssel... Wo mein Schick ist mein... Ah, ich weiß. Ja, ich bin irgendwo. Ich dachte nur, wenn der nicht hier ist. Aber ich habe... Nee, ey, ist der scheiß Geist, ne? Domi, bist du tot? Domi? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, ich glaube, ich bin beide, ich bin beide. Wir kommen hier noch nicht mehr raus. Scheiße. Du. Domi, wir sterben zusammen. Ja, 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 ja. Oh, nein, 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 nein. Er hat mich, er hat mich. Ja, okay, ja. Was, er hat dich? Ich habe dich doch getroffen, was bin ich für eine Enttäuschung? Kein Ding mal, warte, ich rette dich. Ich habe abgeworfen. Kein Ding mal, hab ich gesagt, ich rette. Sag mal, ich habe dich. Kein Ding mal, mach hier. Juhl, hör doch mal auf und lass dich doch. Alter, wieso musst du dich gerade dreimal den Arsch retten, Junge? Was bist du, Freyne? Passt doch, Alter, es passt doch. King of Ender ist böse. Reitschen wurde gerade leider gegessen, weil ich eine absolute Enttäuschung bin, aber geistert habe ich mich einmal gerettet. Du bist eine Enttäuschung. Wo die Schlüssel sind. Ah, du bist auch tot. Ah, moin. Ja, klar, ja, klar. Nicht mit mir. Scheiße. Komm, ihr seid in der Wunde, Alter. Ey, diese Drecksbrotegeist, ne? Ah, so geht das Teil. Äh, wenn man einen spielt hat, ist er echt der OV, der hat aber wie jeder. Ja, ja, das ist so. Ja, tu das alles an, ich dachte, oder so weg. Okay, wir haben es geschafft, dann. Ich habe keinen gefunden in der Zeit. Oh, nein. Ja, ich bin ja auch nicht. Oh, schau. Oh, nein. Geh weg! Oh, nein. Oh, nein. Ben, bist du in dir? Hi. Ja, ich bin bei dir. Nein. Nein. Okay, dann bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Ja, oh mein Gott, in der letzten Sekunde. Nein, ich schon wieder! Oh, so wie lässt. Oh, wie lecker. Oh, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Na, was? Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, wie. Oh, wie? Ja, ja, ja. Hab ich. Hab ich. Ist das kein. Ist das kein? Ben, einfach einfach noch abhauen, komm. Bitte, danke. Danke! Anni, hülle dich! Oh mein Gott! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh okay. Ja, ja, alles gut. Hab ich, hab ich, hab ich. Mit dem Schlüssel hab ich dich aber beworfen. Mann, hier gibt's so wenig Sachen zu werfen, das kann doch nicht, deine Ernst sein. Domi, weg hier, weg hier, Domi. Ja, ja, okay, okay, okay. Mann! Lauf, run, 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 einfach weg, einfach weg. Okay, komm mal nicht durch. Hast du den Schlüssel angekommen? Äh, ja. Nee. Ich schmeiß dich mit dem Schlüssel, warte und lass ihn liegen. Ah, der ist ja noch immer hier draußen. Ja, ja, ja. Ich hab ihn nicht am Schlüssel, hab ich, okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Der Schlüssel nicht genommen hat King auf Ende auf dem Spiel? Oh nein. Run, ich kann nicht rennen! Doch, jetzt. Mann, wo bist du? Ja, isser. Mann? Okay. Ah, da habst du. Du bist zur Kellertür. Ich weiß nur, wo ist die. Ich weiß es. Unten. Oh. Tipps hast du ihn zuflüstern. Oh, ist sehr knapp. Richtig knapp. Überlebt man das? Ja, ne? Ja, okay. Run! Mann! Das war ich halt. Ich muss eigentlich nochmal in die mittlere Station. Muss ein paar Nüsse. Ach so. Okay, also ist es bei der Tür? Also hat er auch keine Nüsse mehr. Das ist da, wo du riesenlock bist. Warte, bitte! Oh mein Gott! Bitte! Also der war mies, ne? Boah, was das belastend sein? Digger war der mies! Oh Gott, der Mist! Oh nein! Nein, ich konnte nicht treffen, aber ich hatte nur noch einen Schuss. Alter, der war mies am Schluss, Alter. Der war richtig, das war richtig cool. Im Raum, wo ihr nach unten schaut. Ja, das glaub ich dir. Oh Mann. Ja, das glaub ich dir.